Hi, Whisky Jason hier. Unboxing time! Also eigentlich wollte ich sehr gerne einen Red Breast, zwölf Jahre alt, Faststärke, also Castering. Und dann was tue ich? Ich gehe online, ich schaue einfach wer den besten Preis hat und sehr oft hat einer derselben Laden den besten Preis. Das ist, das gibt nur einmal. Das gibt es nur einmal. Also ich habe schon immer wieder Sachen dort gekauft und die haben echt gute Preise, muss ich sagen. Und jetzt kommt diese Sache hier nach unten und ich hole mal hier raus, was ich gekauft habe. Ich habe mir einen Bulle zehn Jahre alt gegönnt. Habe ich immer wieder was auf meiner Sample-Liste haben wollen. Das ist aber nicht der Grund für mein Whisky Video heute. Dann habe ich, oh, das kriege ich gar nicht hier raus. Versuche mein Finger rings herum zu kriegen. Dann habe ich hier auch was tolles finde ich werde ich auch eine Flaschenteilung davon machen. Amrut Portonova. Das hier soll eine sehr, sehr tolle Sache sein. Oh, es hat sogar hier ein kleines Bändchen darum, damit es nicht aufliegt. Kommt auch hier zur Seite. Der wahre Grund für mein Einkauf da war Red Breast. Cast Strength. Zwölf Jahre alt. 57,2 Prozent. Ha, 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 ha. Eine gute, gute Sache. So, jetzt werde ich mich hier wieder ein bisschen bewegen. Das kommt hier zur Seite. Ein Glas kommt hier hin. Und ich packe dieses Baby hier für uns aus. Unboxing Live. Also, das einzige Problem, was ich habe bei Das Gibt nur einmal, ist, die erheben 5 Euro Porto. Egal, ob man 1000 Euro kauft oder nur 2 Euro. Und, ähm, das ist einfach so. Red Breast und ich, ähm, der 21-Jährigen, finde ich, boom, sowas von toll. Ähm, das war eine richtig, richtig schöne, schöne für mich Entdeckung, als ich das das erste Mal im Glas hatte. Wow. Ähm, der normale 12, eine normale 15 Jahre alt, fand ich irgendwie, hm, gut, aber irgendwie bei meinen Blind Tastings haben sie meistens nicht so toll abgeschnitten. Und jetzt habe ich immer wieder und immer wieder und immer wieder gehört, dass der Cast Strength genial sein sollte. Und dann dachte ich mir, gut, gekauft. Aha. Also, ähm, Irish Pot Still Whisky. Das heißt, gemälzte und ungemälzte Gerste kommen zusammen in einem Pot Still, dreifach destilliert. Also, nur Single Pot Still kann in Ireland, also in Irland, auch hergestellt werden. Ganz ursprünglich ging es darum, dass die Iren, die, ähm, Malzsteuern, ähm, sparen wollten, die damals die bösen, ähm, Engländer erhoben hatten. Und die haben gesagt, gut, dann werden, ihr hebt dann gemälzte Gerste Steuern, dann tun wir einfach nur ungemälzte, ähm, ungemälzte, ähm, ungemälzte, genau, ungemälzte Malz da rein. Ungemälzte Gerste. Ja, irgendwann kriege ich es richtig. So, Red Breast 12 Cast Strength gives the true connoisseur of fine whiskey a glimpse of how Red Breast Whisky tastes in its natural full-flavored state, having spent no less than 12 years maturing in the finest oak cask. Red Breast 12 Jahre Faststärke gibt den wahren connoisseur von fine whiskey ein, ein Einblick in den wahren, ähm, Red Breast Whisky, wie es schmeckt, natürlich, ähm, voll Geschmack, den vollgeschmackigen Zustand, das macht keinen Sinn, ähm, nachdem es nicht weniger als 12 Jahre dort in den feinsten Eichenfässern gereift ist. Naja, der beste Übersetzer war ich da nicht, sorry, oder Dolmetscher. So, ähm, kommt gleich dazu. Erstmal Nase. Wow. Also, hätte ich es nicht gewusst, würde ich sagen, das ist ein Bourbon. Ich glaube, das habe ich auch neulich irgendwo anders gesagt. Also, das war bis hin zu fast Klebstoff. Also, interessant. Warte mal, noch einmal. Wow. Interessant. Also, diese gemälzte und ungemälzte Gerste ist schon eine komische, merkwürdige, coole Zusammensetzung. Ähm, das ist ein besonderer Geschmack hier. Oder Geruch. Sehr alkohollastig. Ich kriege tatsächlich ein kleines bisschen Limette. Ich kriege langsam auch ein Creme-Boulet. Und Malz. The metal Creme-Boulet, das ist auch ein bisschen Zuckerwatte, ein bisschen Karamell und ein bisschen hier Malz. So, vielleicht kann ich hier hätten lesen, tatsächlich, was ich riechen sollte. Da nicht. Aber da habe ich das. Tasting Notes. Succulent Erotic. Exotic, nicht Erotic. Exotic Fruit with Little Citrus. Nicht schlecht. Ich habe nicht Citrone, sondern ich habe Limette gehabt. Cumulating Deeper Notes of Tried Apricot and Sultana. Also, zusammen, dann geht es tiefer mit diesen Noten in trockener Aprikose und auch Sultana. Habe ich nicht gehabt. Rosinen ein Hauch, aber Aprikose nicht. Infusion, a pot still spices and toasted wood. Also, danach kommt dieses pot still Gewürze und dann ein bisschen getoastetes Holz. Ein bisschen nippig und dann kommt ein bisschen Wasser dazu und dann spiele ich damit. Ja, denn ich liebe es mit meinen Fahrstärker da zu spielen. Ob ich das als pot still erkennen würde, weiß ich nicht. Im Mund schon. Kommt nicht daran, aber kommt in diese Richtung. Wow. Ölig, minzig, holzig. Baumwolle habe ich im Kopf. Wieso habe ich Baumwolle? Wie schmeckt Baumwolle? Ich habe wirklich diese nicht hier, sondern da direkt auf dem Feld, die man nachher der Kerne da rausziehen sollte. Dieses Bild habe ich im Auge. Also, auch in Virginia gab es Baumwolle. Auch das Zeug habe ich auch tatsächlich live schon gesehen. Und auch die Pflanzen da schon gerochen und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich im Mund das tat. Keine Ahnung. Komisch. Also, ich bin merkwürdig. Sehr lecker. Also, hier hinten steht, dass ich eigentlich haben sollte. Also, rich, fully rounded and mellow with luscious fruit and tropical pot still oils and spices, sweetness of vanilla and a touch of oak. Also, reich, volle, runde, weichen, luxuriöse Früchte und typische pot still, ölen und würzen. Süßness, Süßheit von Windel und ein Hauch von Eiche. Also, Marketing ohne Ende. Ob ich wurde Wasser rein tun. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann trinke ich. Und dann trinke ich nochmal 5. Und dann trinke ich nochmal 5. Dadurch kommt ein bisschen mehr schärfer dabei raus. Das Wasser hat diese ätherische Ölen denn da. Diese wasserlustlichen Ölen da gut freigesetzt. Es wird einem tatsächlich ein bisschen schärfer dadurch. Ein bisschen mehr Umpf kriegt er. Interessant. So, noch einmal. Es könnte sein, dass mir es am besten gefällt. Wahrscheinlich bei 46 und am besten bei 57. Glaube ich erstmal. Das war ein bisschen besser. Öle sind immer noch da. Und dann kommt es zurück. Beißt nicht mehr so sehr. Und zum Schluss bin ich hier. Oh, ja. Packst du. Hm. Ha, diese Würze sind so schön. Ich habe den immer noch nicht auf 46 gekriegt. Der war immer noch über 48. Oh, lecker. Also, das genau so gefällt mir am besten. Also, bei dieser 48 herum. Hm. 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 Oh, ja. Sehr gut. Also. Eine schöne, schöne Sache. Also, die Flasche werde ich hier teilen. Also, werde ich anbieten. Und die Flasche werde ich hier auch genießen. Eine schöne, schöne Sache. Ich kann wirklich sagen, Middleton. Also, da freue ich mich endlich auch die Middleton Whiskies. Die High-Class-Dinge denn zu probieren. Hier ein paar da. Samples denn davon da. Also, wer Middleton Rare noch ein paar Samples hätte. Hallo. Ich freue mich, die auch mal zu bekommen. Denn jedes Jahr kommen neue raus. Und meine sind schon zwischen, ich glaube, sieben und zwei Jahre alt. Oder drei sogar. Keine Ahnung. Soll ich lang anhalten. Das ist richtig schön. Nett. Nett, 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 nett. Noch nicht ganz so gut wie hier. Aber in diese Richtung geht es schon. Also, ich habe schon vor ein paar Wochen gefragt, was ist euer Lieblings-Cast Strength Irish Whisky. Ich glaube, da hatte ich denn, was habe ich denn da gehabt? Ah ja, genau. Ich habe The Writer's Tears hier gehabt. Da oben könnt ihr gar nicht sehen. Die 2017er Version Cast Strength. Und nun, meine Frage ist, welche ist der Lieblings-Edition oder Ausgabe oder Abfüllung hier von Red Breast? Ist das der 12? Ist das der 15? Ist das der 21? Ist das der Cast Strength? Oder besser gesagt, welche hast du schon mal probiert? Haha, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht hast du den 21er noch nie gehabt. Vielleicht hast du Cast Strength noch nie gehabt. Vielleicht hast du den 15er noch nicht mal gehabt. Ich habe echt noch so viel da hinten noch in meiner Flasche davon. Und ich werde irgendwann mal hier ein Vertical Tasting hier machen. Da werde ich alle gegeneinander antreten lassen. Trotz dieses hier werde ich ein bisschen einfach das mitspielen. Und einfach damit herum probieren und experimentieren, bis ich das hinkriege, wie ich es will. Okay, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Frage des Tages, welche Red Breast gefällt dir am besten? Welche Ausgabe, welche Abfüllung? Und meine Bitte ist, immer wieder liken, immer wieder abonnieren. Und unten auch schreiben. Also irgendetwas, das hilft meinen Videos sehr. Und auch natürlich auf Amazon draufklicken oder auf meine Sample-Liste. Die gibt es tatsächlich jetzt hier zu verzamplen. Ich habe hier bezahlt, muss ich hier selbst schauen. Was habe ich hier bezahlt? Also, das war schon 55 Euro. Also 55 Euro durch 10. Also sind hier 5,50 Euro für 0. Ja, das durch 10 geht gar nicht. Also durch 7 ist dann das, was 10 kosten würde. Also 55 durch 7 sind 8 Euro. So ungefähr für eine 10 CL und dann entsprechend die Hälfte für ein 5 CL. Also wir sind bei 4,50 Euro oder so. Nagel mich nicht fest mit diesen Zahlen. Das war aus dem Kopf heraus und da kann es vollkommen daneben liegen. Bitte auf meine Sample-Liste schauen. Da steht alles in der Excel-Tabelle und da wird alles genau perfekt gerechnet. Denn da kommt noch 80 Cent dazu hier pro Flasche, Sample-Flasche und so weiter und so weiter. Also unbedingt ein Sample euch einfach mal besorgen, falls ihr es noch nicht im Glas hatte. Es lohnt sich sehr gut. Okay, vielen Dank. Tschüss, bis morgen.